Fabio Knez und Daria Strelnikova, Trennung nach dem Umzug? Es knallt zwischen den beiden. Fabio Knez und Daria Strelnikova sind seit ihrer Teilnahme bei Are You The One ein Herz und eine Seele. Nun sind die Reality-Stars sogar zusammengezogen. Doch der Umzug sorgt für Stress. Fabio Knez und Daria Strelnikova sind seit Spätsommer 2023 in einer Beziehung, nachdem sie sich bei Are You The One lieben gelernt haben. Inzwischen ist das Paar zusammengezogen. Doch das lief alles andere als entspannt zwischen den beiden ab. Das haben die TV-Stars nun bei den Spa Awards 2024 verraten. Fabio Knez und Daria Strelnikova, fiese Streitereien nach ihrem Zusammenzug. Auf die Frage, wie der gemeinsame Alltag in der neuen Wohnung läuft, antwortet Daria Strelnikova kurz und knapp gegenüber VIP.de, stressig. Oha! Hängt bei der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihrem liebsten Fabio Knez etwa der Haussegen schief? Scheinbar. Denn der Ex-Dschungel-Camper offenbart, ja, so wie jetzt haben wir uns eigentlich noch nie in die Haare bekommen, muss man sagen. Den Grund dafür verrät Fabio auch direkt gegenüber dem Online-Magazin, aber weil's ein Umzug ist und wir arbeiten so viel wie noch nie in unserem Leben. Da sind wir sehr dankbar dafür, aber man merkt auch, dass es natürlich auch manchmal dann zu Reibereien kommen könnte. Doch damit nicht genug. Denn laut dem Reality-Star gibt es einen weiteren Grund für die Zickereien. Er meint frech zu seiner Freundin Daria, wenn man auch wenig gegessen hat, oder? Doch das Model behält die Ruhe und pflichtet ihm bei, ja, ich bin San-Kandidat, der sehr, sehr, also extrem zickig, wird, und ergänzt weiter, also man kennt mich zickig, aber da noch ne Schippe drauf, wenn ich nichts gegessen habe. Oha! Da kann man Fabio nur raten, immer einen Schokoriegelgriff bereit zu haben, um das hungrige Gemüt von Freundin Daria zu besänftigen. Doch wie lange das am Ende gut geht?